Ist jetzt bald der Punkt gekommen, an dem Cardano Ethereum in Grund und Boden treten wird und an die Spitze der Kryptowährung steigen wird. Viele neue, wichtige und interessante News und Informationen zu Cardano auf gar keinen Fall verpassen. Viel Spaß mit dem Video. Ja hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video geht es mal wieder um Cardano. Ihr habt es euch gewünscht, ich hatte da nachgefragt und wenn ihr gerne Update Video zu Cardano haben wollt, dann gibt es das auf diesem Kanal selbstverständlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Video ihr gerne als nächstes sehen wollt. Handelt es sich um eine gewisse Kryptowährung oder um ein bestimmtes Thema? All das in die Kommentare. Des Weiteren könnt ihr dieses Video natürlich sehr gerne bewerten, je nachdem wie es euch gefällt und den Kanal kostenfrei abonnieren, um in Zukunft keines der Themen mehr zu verpassen. Im heutigen Video soll es um drei bis vier spezielle Punkte gehen. Ich habe das Ganze natürlich durch einzelne Timestamps in meinem Video wieder unterteilt. Schaut euch daher gerne nur die Passagen an, die euch wirklich interessieren. Im ersten Punkt gehen wir darauf, dass Cardano ab jetzt in Malta noch präsenter sein wird, denn auf Malta kann man nun Wohnungen mithilfe des ADA-Tokens mieten. Im zweiten Punkt gehen wir darauf, dass Cardano einen riesigen Meilenstein erreicht hat, nämlich über eine Million aktive Wallets. Und im dritten Punkt gehen wir auf die Zerstörung Just Ethereum Imperiums ein, denn ADA hat einen Konverter für ERC-20-Token in Planung. Bevor ich jetzt mit den News anfange, ein kleiner Disclaimer bzw. eine kleine Information. Natürlich ist das hier keine Anlagenberatung. An alle Leute von euch, die momentan schon investieren, nachkaufen und ihre Bestände ausstocken, halte auch in Zukunft die nächsten Tage auf jeden Fall noch die Augen offen. Meiner Meinung nach könnte es sehr gut sein, dass wir uns in einem Dead Cat Bounce befinden. Das heißt, die Kurse sind ja gerade ziemlich schön. Es könnte aber sehr gut sein, dass die Kurse spätestens am 28. nochmal deutlich, deutlich einbrechen. Behaltet euch am besten ein bisschen Cash-Reserven in der Hinterhand. Sollte es wirklich dazu kommen, dass der Markt in 2-3 Tagen nochmal richtig zusammenbricht. Wie gesagt, momentan sieht ja alles sehr schön aus. Gerade Cardano wurde in den letzten Tagen ziemlich stark gepumpt. Ich freue mich auf jeden Fall für alle Investoren. Denkt aber daran, jetzt nicht in FOMO zu verfallen, sondern eventuell etwas Geld auf Tasche zu behalten, um dementsprechend nachzukaufen, sollte der gesamte Kryptomarkt in 2-3 Tagen nochmal einen starken Rücksetzer erleiden. Nichtsdestotrotz springen wir ab jetzt auf die News. Und zwar geht es darum, dass eine maltesische, ja so heißt es, eine Firma aus Malta, eine maltesische Immobilienfirma in Zukunft als erste nicht-digitale Firma agieren wird, die trotzdem den ADA-Token akzeptiert. Das heißt, eine Firma, die momentan nicht schon total im digitalen Netz verfügbar ist, also kein Finanzdienstleister oder irgendetwas, was stark über Online-Zahlungen beziehungsweise über den Online-Verkehr abgehalten wird. Nein, hier handelt es sich wirklich um ein Unternehmen, das eigentlich überhaupt nicht mit Online zu tun hat, eigentlich überhaupt nicht online agiert und trotzdem jetzt als erstes Unternehmen in Malta dann dementsprechend Kryptowährungen, insbesondere ADA, als Zahlungsmöglichkeit akzeptiert. Hinter dieser ganzen Aktion steht das Unternehmen Dreamflats Ltd. und sorgt dann dementsprechend hiermit, dass der Mietpreis in ADA-Tokens bezahlt werden kann. Man muss natürlich darauf schauen, dass die Werte hierbei etwas abweichen können. Das heißt, relativ kurz vor Antritt dieses Mietverhältnisses, beziehungsweise bevor man diese Immobilie dann dementsprechend für sich mietet, wird dieser Preis nochmal ausverhandelt, wenn man denn der tatsächlich in ADA-Token zahlen möchte. Der Markt ist extrem volatil. Man kann natürlich nachvollziehen, dass die Preise nicht heute fix gemacht werden können, die dann in drei Jahren bezahlt werden, wenn ADA eventuell bei 10 oder 20 Dollar liegt. Das ist ganz klar. Sie haben auch bereits gesagt, dass natürlich die Steuerzahlungen trotzdem ganz normal stattfinden werden. Also das Unternehmen hat auf jeden Fall in dem Artikel, den ich hier rausgesucht hatte, die Steuerzahlungen angesprochen. Natürlich sind die Steuerämter momentan immer noch auf Fiat-Geld getriggert, also dementsprechend Euro, Yen oder US-Dollar und Malta wird dann dementsprechend ihre Steuerabgaben natürlich in Euro weiter durchführen. Ich denke mal, sie haben es aus zwei Gründen gesagt. Erstens wird Krypto ja immer noch im Bereich der Geldwäsche ziemlich stark publiziert, was natürlich mittlerweile absoluter Quatsch ist. Und Punkt zwei ist es auch ganz klar, dass sollten sie wirklich viele Zahlungen dann dementsprechend über ADA akzeptieren, kann es natürlich auch dazu kommen, dass sie einige ihrer ADA-Token immer mal wieder verkaufen müssen, um dann dementsprechend auch bei der Steuerbehörde ihre Steuern pünktlich und vernünftig zahlen zu können. Ja, jetzt fragen sich natürlich einige, ey, komm schon, das ist ein kleines Unternehmen, was jetzt irgendwie Kryptowährungen akzeptiert in Malta. Es gibt doch schon unzählige Unternehmen, die Kryptowährungen akzeptieren. Und ja, das ist ganz klar, da gibt es natürlich schon unzählige Unternehmen, die bereits Kryptowährungen akzeptieren, egal ob für Käufe oder für andere Leistungen. Allerdings sind, ja, wie ich eben schon gesagt habe, die meisten dieser Unternehmen bereits schon relativ digital, sind also schon dementsprechend darauf gedrillt, eher so Online-Zahlungen zu akzeptieren. Und die Leute, die natürlich viel online zahlen, die viel online buchen und kaufen, die sind natürlich auch schon eher in dem Crypto-Space drin und sind auch eher gewillt, mit Kryptos zu bezahlen, als Leute, die jetzt nur offline agieren, wie beispielsweise dann bei solchen Unternehmen wie dem, was wir jetzt hier haben. Kommen wir noch zu einem Twitter-Post, den ich sehr interessant finde. Er steht hierbei in Bezug zwischen Charles Hoskinson und Jack Dorsey. Charles Hoskinson, der Inhaber von IOHK, Input-Output-Honkung, das Unternehmen hinter Cardano und dementsprechend auch ADA. Und Jack Dorsey ist der CEO und Erfinder der Plattform Twitter, aber auch von Square. Square haben wir schon öfter mal in Verbindung mit Bitcoin gehört. Bitcoin ist natürlich ein Asset, was in den letzten Monaten von institutionellen Unternehmen immer mehr als Asset dann dementsprechend auch gekauft wurde. Unter anderem dann dementsprechend auch sehr stark von Square. Und hier wurde der CEO von Square dann ganz einfach auf Twitter gefragt, beziehungsweise daraufhin angesprochen, dass Bitcoin ja extrem umweltunfreundlich ist und dass solche Unternehmen, beziehungsweise dass dieser Proof-of-Work-Prozess, mit dem Bitcoin arbeitet, natürlich deutlich, deutlich umweltbelastender ist, beziehungsweise mehr Strom zieht als solche Konsens-Algorithmen, wie beispielsweise Proof-of-Stake. Jack hatte dann ganz einfach und ganz simpel darauf reagiert, indem er gesagt hatte, Less security, more centralization. Also er spricht hier darauf an, dass die Sicherheit mit einem Proof-of-Stake-System geringer ist, genauso wie die Zentralisierung, die dann dementsprechend nicht so dezentral ist wie bei Bitcoin. Charles Hoskinson ist natürlich direkt auf den Train mit aufgesprungen und hat dazu gesagt, That's just not true, Jack. Happy to have a chat about why. Also er sagt, dass das so nicht stimmt, wie Jack das hier gesagt hatte und ist froh, beziehungsweise freut sich darüber, würde sich darüber freuen, mit ihm darüber eine kleine Diskussion zu führen, beziehungsweise ein Gespräch zu führen. Kurz daraufhin hat Charles auch schon ein neues YouTube-Video veröffentlicht, was ziemlich lange geht, indem er nochmal die Unterschiede zwischen dem Proof-of-Work- und Proof-of-Stake-Konsens-Algorithmus miteinander vergleicht und dementsprechend ziemlich stark für den Proof-of-Stake-Algorithmus dementsprechend plädiert, auf dem natürlich Cardano basiert, nicht so wie Proof-of-Work, was dann dementsprechend bei Bitcoin angewandt wird oder beispielsweise zurzeit auch noch bei Ethereum. An der Stelle finde ich das nochmal ganz interessant, dass Charles Hoskinson, der Cardano-Founder in Anführungsstrichen, ganz klar jede Gelegenheit nutzt, um natürlich sich die Situation für sich selber positiv zu gestalten. Wie gesagt, steht momentan der Bitcoin natürlich ziemlich stark in Kritik und gerade durch die hohen Stromkosten, die halt bei den Transaktionen beziehungsweise bei dem Errechnen neuer Coins entstehen, ist Bitcoin momentan natürlich sehr kritisch gesehen. Ein großer Grund dafür, dass der Markt gerade extrem am Dumpen ist und wir momentan viel mit roten Zahlen zu kämpfen haben. Kommen wir jetzt zu einer positiven News, nämlich dass es mittlerweile über eine Million aktive Cardano-Wallets gibt. Das ist trotzdem roten Markt, den wir momentan haben, natürlich eine sehr positive News und zeigt, dass wir momentan auch viele neue Investoren haben, die in den Cardano-Markt reinkommen und dann dementsprechend auch mit in Cardano investieren. Laut eigenen Angaben der Cardano Foundation stecken im Moment ca. 70% aller ADA-Tokens in über 2.500 aktiven Pools, also sogenannten Staking-Pools beispielsweise. Die Cardano Foundation hat dazu auf Twitter auch nochmal eigene Posts verfasst, in dem sie dann auch nochmal genau beschreiben, was Staking ist, wie das funktioniert, wie man das für sich nutzen kann. Und 70% der gesamten ADA-Token ist auf jeden Fall eine Menge. Zum Zeitpunkt des Posts waren das ca. 33,95 Milliarden US-Dollar, die hier als Wert dementsprechend zurückgelegt waren. Ich hatte auch bereits gesagt, dass Charles Hoskinson bzw. die Cardano Community und Foundation natürlich nichts auslässt, sich positiv darzustellen, wenn es denn positive Dinge gibt. Und hier gibt es definitiv ein sehr positives Ergebnis bzw. eine sehr positive Zahl, die hier genannt wurde. Nämlich in einem weiteren Twitter-Post wurde veröffentlicht, dass die Cardano Foundation bzw. das Unternehmen hinter Cardano über eine halbe Milliarde Dollar in ADA für wohltätige Initiativen zur Verfügung gestellt hat. Das Ganze wurde wohl auf über 100 weltweite Organisationen aufgeteilt. Und hierzu gibt es auch nochmal ein Zitat selber, und zwar kommt das vom 31. März. Einige der größten missionsgetriebenen Beteiligungspools spenden regelmäßig an Wohltätigkeitsorganisationen wie Save the Children, Solar Aid und viele mehr. Also die Cardano Foundation bzw. die gesamte Community spendet schon seit sehr langer Zeit immer mal wieder einige ihrer Beträge an solche wohltätigen Organisationen, was meiner Meinung nach natürlich super positiv ist für die gesamte Community. Es zeigt ein gesundes Community-Netzwerk, eine gesamte gesunde Community, gerade auch mit den steigenden Wallets, die wir jetzt in den letzten Monaten immer mehr gesehen haben. Das zeigt einfach, dass die Community im Moment ungemein am Wachsen ist und auch dementsprechend was wirklich Gutes tut und nicht einfach nur stumpf wächst, sondern wirklich sich für was Positives einsetzt. Gerade zu jetzigen Zeiten, wo natürlich in den letzten Monaten immer wieder irgendwelche Hype-Coins auf den Markt geschmissen wurden, wo es heißt, investiere hier rein, 5% der Transaktionskosten werden gesammelt und werden dann gespendet an, was weiß ich, einen Tintenfisch in der Antarktis. Solche Organisationen gab es natürlich immer, die dann dementsprechend im Endeffekt ein paar tausend Euro gespendet haben und dafür haben Millionen von Usern ihr Geld in diese Kryptowährung gesteckt. Mit Cardano haben wir einfach ein riesengroßes Netzwerk, was natürlich einen positiven Zweck erfüllt, was sehr positive Dinge leistet und gleichzeitig auch noch etwas Positives für andere Leute dabei rumkommt. Solche Organisationen bzw. solche Unternehmungen wie beispielsweise Save the Children oder The Water Project kennt man natürlich und das sind einfach sehr gute Organisationen, an die dann dort gerne auch etwas dieser Beträge gespendet werden kann. Bin ich voll und ganz bei, ist etwas sehr Positives, was auf jeden Fall weiter unterstützt werden sollte. Zur Entwicklung von Cardano selber werden natürlich auch immer wieder regelmäßige Posts verfasst. Auch hierzu habe ich euch eine Kleinigkeit rausgesucht. Es gibt mittlerweile schon über 1500 Entwickler aus der gesamten Welt, die bereits am Plutus-Pionier-Programm teilnehmen. Das Plutus-Pionier-Programm hatte ich bereits in den letzten Cardano-Videos angesprochen. Schaut sie euch gerne an, um euch dementsprechend noch näher darüber zu informieren. Des Weiteren schreibt die Cardano Foundation, dass Bankentwickler damit beginnen, die Vorteile und Mechanismen von Staking zu verstehen. Durch das Pionier-Programm werden sie über alle Dinge im Zusammenhang mit Cardano informiert. Also Cardano ist natürlich auf der einen Seite in einer riesigen Entwicklungsphase und ist momentan noch in den Kinderschuhen, muss man ganz klar sagen. Hat aber ungemeines Potenzial und muss dieses Potenzial natürlich auch mit der Community und mit potenziellen Investoren und Banken kommunizieren, um dann dementsprechend dafür zu werben. Charles Hoskinson ist super arrangiert, immer wieder neue Unternehmen zu finden, aber natürlich auch Regierungen. Und wenn man auf seinem Twitter-Profil mal vorbeischaut, dann sieht man auch immer wieder aktuelle News, wo er sich gerade rumtreibt. Er ist wirklich überall in der Welt vertreten. Mal ist er hier, mal ist er dort. Er spricht mit unzähligen Regierungen, aber auch natürlich großen Unternehmen, die dann dementsprechend eventuell auch das Interesse an Cardano und im ADA-Token zeigen. Kommen wir jetzt zur größten News, die dann auch dafür verantwortlich ist, dass ich hier so ein zauberhaftes Thumbnail gebastelt habe. Ich habe es bis jetzt noch in meinem Kopf. Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Thumbnail noch nicht erstellt, aber ich glaube, es wird etwas ziemlich Lustiges werden. Cardano veröffentlicht Konverter für Ethereum-Token. Bevor ich jetzt darauf eingehe, ganz klar gesagt, Ethereum ist natürlich momentan, was Cardano angeht, ein ziemlich großer Konkurrent. Ethereum, muss man ganz klar sagen, ist der größere Big Player. Cardano hat bis jetzt noch keine wirklich funktionierenden Smart Contracts, will das aber jetzt hier in Zukunft implementieren. Und Cardano versucht gerade über viele Wege, Ethereum den Weg streitig zu machen. Und einer dieser Wege ist jetzt dieser Konverter. Und das ist ein wirklich krasser Move, den Cardano hier hinlegt. Mit dem ERC20-Konverter lassen sich in Zukunft Token von Ethereum auf Cardano übertragen. Input-Output Hongkong hat einen Konverter für Token, die auf ERC20-Standard basieren, bekannt gegeben. Mit diesem lassen sich Token von der Ethereum-Blockchain in Zukunft auf die Cardano-Blockchain migrieren und umgekehrt. Ja, das Verbinden von Blockchain-Protokollen und die Zusammenarbeit bei Anwendungen sind unerlässlich, um das Versprechen einer dezentralen Finanzierung bzw. einem DeFi zu erfüllen und eine Alternative zu herkömmlichen Banksystemen zu bieten. Ist ganz klar. Laut DeFi-Puls sind die Kryptowährungen mit einem Gesamtwert von über 75 Milliarden US-Dollar jetzt in DeFi gesperrt. Vor einem Jahr waren es nur 700 Millionen Dollar. Der gesamte DeFi-Markt ist in den letzten Monaten unnormal durch die Decke gegangen. Gerade Anfang des Jahres solche Projekte wie AVE beispielsweise sind mega stark durch die Decke gegangen. Solche Projekte wie Synthetix, hatte ich auch bereits vorgestellt, sind mega durch die Decke gegangen. Das sind einfach mega große, interessante Projekte, die im dezentralen Finanzsektor natürlich gerade in der Blockchain-Welt, in der Kryptowelt in den letzten Monaten unnormal an Interesse zugenommen haben. Vom letzten Jahr 700 Millionen auf diesem Jahr 75 Milliarden Euro. Das ist mehr als eine Verhundertfachung in diesem Markt. Und das ist meiner Meinung nach ein unnormal starkes und krasses Wachstum, was der DeFi-Bereich hier in den letzten Monaten hingelegt hat. Immer wenn ich euch Kryptowährungen vorstelle, dann sage ich auch dazu, was für ein Token das ist, also auf welcher Blockchain dieser basiert. Und in den meisten Fällen handelt es sich nun mal eben um einen ERC-20-Token, der dann dementsprechend auf der Ethereum-Blockchain beziehungsweise auf der Ethereum-Technologie basiert. Wir wissen alle, wo das Problem bei Ethereum im Moment liegt und das sind ganz klar die Transaktionskosten. Durch die steigende Nachfrage steigen natürlich auch die Transaktionskosten exorbitant. Und gerade seit 2019, seitdem dieser DeFi-Markt immer weiter ausgebaut wird und immer größer wird, sieht man dementsprechend auch immer stetig steigende Transaktionskosten. Ethereum will das Problem lösen, hatte ich bereits auch schon angesprochen und es wird auch nicht mehr so lange dauern. Allerdings versucht Cardano natürlich genau jetzt, ihren Schritt in die Tür zu machen und dementsprechend, bevor Ethereum es schafft, diese Transaktionen pro Sekunde zu erhöhen und die Transaktionskosten zu drosseln. Genau in diesem Zeitpunkt versucht Cardano natürlich dann dazwischen zu grätschen und seinen Gunst der Stunde zu nutzen, um dementsprechend Unternehmen beziehungsweise Kryptowährungen zu finden, die auf Cardano migrieren und dann dementsprechend das Cardano-System eher nutzen als das Ethereum-System. Das Ganze wollen sie mithilfe beziehungsweise im Alonso Hardfork und dem dazugehörigen Bluetooth Smart Contract Update mit migrieren beziehungsweise mit auf die Mainnet schreiben. Nach der Bereitstellung können Benutzer unterschiedlicher Ethereum-Token diese aus dem überlasteten Netzwerk von Ethereum holen, um die Transaktionskapazität von Cardano sowie niedrige Gebühren zu nutzen, während sie gleichzeitig verbesserte Sicherheit, reduzierte Kosten und Interoperabilität genießen. Also Cardano versucht an dieser Stelle natürlich da dementsprechend ganz klar anzugreifen und die starke Nachfrage, die momentan am Ethereum-Netzwerk dran haftet, auf ihre eigene Blockchain zu ziehen. Das ist ein Machtkampf, der die nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, auf jeden Fall noch anhalten wird und momentan ist es sehr schwierig zu sagen, in welche Richtung dieser verläuft. Zum ERC20-Universum, das ja auf jeden Fall riesig ist. Ihr wisst selber, dass die meisten Tokens immer noch auf dem ERC20-Standard basieren. Er hat bis heute über 400.000 verschiedene Verträge, die auf diesem Token-Standard dementsprechend basieren. Eine Massenadoption könnte Cardano einen kräftigen Schub geben. Also wirklich, wenn das jetzt wirklich sehr interessant wird und viele Unternehmen dann dementsprechend auf die Cardano-Blockchain migrieren, dann könnte Cardano als Player, der gerade ins Game kommt, so viele große und stark potenzielle Projekte auf ihre Line ziehen, auf ihr Projekt ziehen und dementsprechend Ethereum erstmal die Luft rauben und sich selber natürlich unnormal aufpumpen. Aber wie ist momentan überhaupt der Stand der Dinge und wie soll das überhaupt ablaufen? Es können dann dementsprechend in Zukunft Privatanleger sowie die Token-Steller selber diesen Konverter für sich nutzen. Das Tool ist natürlich noch nicht fertig und momentan sind es erstmal nur Ankündigungen. Das Tool geht zunächst in dem Testbetrieb für SingulariNet und führt dafür eine neue Version ein, den AGIX-Token. Nach der Testphase soll der Konverter mit der Alonso Hardfork die Smart Contract-Anwendung auf Cardano ermöglicht auf das Mainnet übertragen werden. Momentan haben wir noch gar keine richtigen Smart Contract-Anwendungen möglich, macht also auch nicht Sinn, so etwas jetzt schon einzuführen beziehungsweise würde das wahrscheinlich nicht mal funktionieren. Wenn es erstmal eingeführt wurde, dann ist die Konvertierung relativ simpel. Ich habe euch hier einfach mal die vier Schritte rausgeschrieben, wie das meiner Meinung nach dann ungefähr stattfinden wird. Im Punkt 1 ist es ganz klar, dass das Ganze nur über einige Klicks dann dementsprechend stattfinden muss. Kein großer Aufwand ist und dadurch halt für jeden relativ einfach ist. Man muss erstmal sein Metamask-Konto authentifizieren. Das ist ja eine Browser-Extension, die so gut wie jeder eigentlich installieren kann und die meisten Kryptoinvestoren wahrscheinlich auch schon haben. Da muss man sein ERC20-Converter-Konto dann dementsprechend damit verbinden und sich dort dann anmelden. Dort werden dann erstmal nur die Singulari-Net-Token dementsprechend angeboten und für die Migration verfügbar gestellt, da das ja momentan erstmal dann nur der Test ist. Später soll dann ganz einfach durch das Klicken auf den Token dann weitere Details angezeigt werden, sowie beispielsweise das Token-Guthaben. Man muss dann lediglich nur noch den Token auswählen, dazu dann den Betrag angeben und kann sie dann ganz einfach konvertieren und zu seiner Cardano-Adresse migrieren. Das Ganze ist relativ simpel und wenn man sich mal hier ein Snapshot-Bild davon anschaut, dann ist das eigentlich auch relativ selbsterklärend. Alle Aktivitäten werden hierbei übrigens in Etherscan sowie auch im Cardano Explorer angezeigt. Ist dementsprechend die Transaktion dort relativ leicht nachvollziehbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Cardano sich in Zukunft noch entwickeln wird. Bis jetzt haben sie sehr viel geredet. Sie haben auch schon einiges nachweisen können. Wird Cardano Ethereum wirklich zerstören? Ist eine Frage, die in den nächsten Monaten sehr interessant wird, weil momentan findet halt einfach ein Wettlauf zwischen Cardano und Ethereum statt. Ethereum ist meiner Meinung nach ja einfach der größere Player. Also ist es ganz einfach offensichtlich auch im Moment noch. Cardano könnte natürlich den Weg von Ethereum deutlich streitig machen. Sollte Ethereum jetzt ein bisschen in Schwung kommen und ihre blöden Transaktionskosten endlich runterkriegen? Dann wird das auf jeden Fall ein Konkurrenzkampf auf Augenhöhe, wo Ethereum natürlich einen kleineren Vorteil hat. Allein aus dem Grund, dass sie deutlich länger am Markt sind und deutlich mehr Projekte auf dem ERC20-Token basieren, als auf dem Cardano-eigenen Token, der dann irgendwann dann dementsprechend auch folgt, wenn die Smart Contracts implementiert werden. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, glaubt ihr, dass die beiden Unternehmen irgendwann eins der anderen Unternehmen auslöschen wird? Oder glaubt ihr, dass beide Unternehmen sich durchsetzen werden und wir in Zukunft von beiden noch ein starkes Wachstum sehen können? Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich bin in beide Unternehmen bzw. in beide Token investiert und sehe bei beiden noch ein riesiges Potenzial in Zukunft. Ethereum, wenn die Transaktionskosten endlich unten sind, dann sollte der Defi-Markt noch stärker durch die Decke gehen und dann könnte der ganze Crypto-Space-Markt nochmal extrem anheben. Ich bin gespannt und freue mich auf die Zukunft. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war es mit dem Video. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Des Weiteren natürlich kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Habt noch eine wunderschöne Woche. Tschüss.